Einen wunderschönen Vormittag. Zu Gast heute die Chefin der NEOS, Mag. Beate Meindl-Reisinger. Wieder einmal. Das fängt ja gut an. Entschuldigung. Die Frage stellt mit mir Karin Leitner von der Tiroler Tageszeit. Und das hat jetzt gepasst. Frau Meindl-Reisinger, ich habe gesehen, in Ihrem Interview mit Isabel Daniel vor zwei Tagen, da haben Sie wortwörtlich gesagt, ja, die Regierungsarbeit, was jetzt diese Öffnungsschritte betrifft, ist gut. Habe ich mich da verhört? Oder finden Sie tatsächlich das gut, was jetzt passiert ist? Ich bin etwas irritiert ab der Frage, weil da ja so etwas mitschwingt ein bisschen. Ja, da schwingt schon was mit. Wie kann eine Opposition etwas gut finden, was von der Regierung kommt? Es fällt schon auf, dass Sie in der Kritik der Corona-Politik sehr, sehr kritisch sind in den letzten Monaten, eigentlich in eineinhalb Jahren. Und darum hat mich das in dieser Deutlichkeit gesagt, ja, das finde ich jetzt gut, überrascht. Also finden Sie das jetzt gut? Ja, ich finde das gut. Ich kann auch gerne sagen, was ich sozusagen jetzt aber schon auch wieder das Problem finde, aber jetzt einmal fliegt wirklich auf diese Meta-Ebene, das ist immer unser Ansatz. Also wir sagen immer das, was wir gut finden. Und zwar ausdrücklich, weil ich eben auch finde, der Job der Opposition ist es eben nicht ständig zu kritisieren. Dass vielleicht auch in den Medien das dann überbleibt, das wissen Sie wahrscheinlich genauso wie ich. Das ist Ihr Geschäft, Sie leben davon. Lager, da muss ich Sie gleich unterbrechen. Entschuldigung. Auch wenn man mit dem sogenannten Volk spricht, hat man in den letzten Monaten, wenn man die Menschen auf Sie anspricht, sagt, naja, die ist schon meistens extrem kritisch und zum Teil fast aggressiv. Kennen Sie dieses Bild, das da von Ihnen gezeichnet wird? Ja, ich kenne das natürlich. Es hat ein bisschen einen Punkt oft, wo ich mir denke, na gut, das ist halt die unterschiedliche Bewertung Frauen und Männer. Das kennen wir schon länger in der Politik. Aber es gibt auch viel, wo man kritisch sein muss. Ich glaube, es ist unbestritten. Die Zahlen zeigen das. Österreich ist nicht gut durch die Krise gekommen. Aber bleiben wir bei den Öffnungen vielleicht jetzt. Aber da komme ich ja hin, Herr Bürger, bitte alle Gedanken ausfüllen. Entschuldigung, Sie treiben unterbrochen, dafür bin ich jetzt ruhig. Nein, Österreich ist nicht gut durch die Krise gekommen. Und das hat verschiedene Gründe. Und zwar sind wir weder gesundheitlich gut durch die Krise gekommen, da sind wir bestenfalls unteres Mittelfeld. Wir sind auch wirtschaftlich nicht gut durch die Krise gekommen. Die Wirtschaft hat es hart getroffen. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit und vor allem einen großen Wohlstandsverlust. Und das ist natürlich dramatisch. Zu den Öffnungsschritten jetzt. Ich meine, wir sind Verfechter gewesen des Grundsatzes, dass man einen Weg finden muss, mit dem Virus leben zu lernen und dass man immer auch die Balance findet zwischen gesundheitlichen Maßnahmen, aber auch die Wirtschaft im Auge hat, die psychische Gesundheit der Menschen im Auge hat. Überhaupt die Frage, was macht das mit Gesellschaft, mit Jugendlichen, mit Kindern, Bildungsauswirkungen. Und jetzt sind die Zahlen gut und deshalb ja natürlich jetzt öffnen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich habe mit einigen geredet und immer wieder kommen die Leute zu mir und sagen, bitte, du bist in der Politik, erklär mir das, was gilt jetzt genau. Also es ist schon so, dass die Regierung es geschafft hat, dass schon noch ein Chaos da ist in der Frage, was gilt. Schauen wir uns zum Beispiel einen Wirten an, der hat sozusagen jetzt unterschiedliche Auflagen in den nächsten Wochen. Ich freue mich, wenn der mehr öffnen kann, aber das sind immer auch teilweise Investitionskosten. Das sind ja auch Wirte, die haben Klass- oder Plexiglasscheiben angeschafft, um Sitze abzutrennen. Also da ist schon sehr viel Verwirrung da. Das ist das eine und das zweite ist, und das ist etwas, was sich durchzieht. Und ich das kritisch sehe. Es geht wieder mal sehr top down. Wir stellen uns jetzt hin und wir erlauben oder wir verbieten. Jetzt erlauben wir halt wieder. Aber es ist nie dieser Ansatz gewesen, dass man sagt, wir nehmen die Menschen mit beim Risikobewusstsein, bei Eigenverantwortung. Warum das jetzt wieder ein Thema sein könnte, ist, weil natürlich der Eindruck entsteht, es ist alles vorbei. Und da habe ich große Sorge, dass das halt nicht so ist. Jetzt habe ich Sie ganz lange nicht unterbrochen. Ja, wunderbar. Das ist wirklich das, denke ich mir. Frau Meind-Reisinger, Sie mahnen ja diese Eigenverantwortung ein. Das ist ja eines der Assets Ihrer Partei. Wir haben doch jetzt im Laufe der Pandemie gesehen, dass es bei vielen nicht weit her ist. Die brauchen staatliche Vorgaben. Die brauchen Sanktionen, um sich an Vorgaben zu halten. Also wenn Sie hier an Eigenverantwortung appellieren, wir haben doch gesehen, dass das nicht funktioniert. Und ist nicht die Gefahr jetzt. Die Pandemie ist eben nicht vorbei. Wie Sie auch sagen, wir haben neue Virusmutationen, jetzt auch noch eine vietnamesische. Viele sind noch nicht geimpft, viele wollen sich nicht impfen lassen. Also diese Eigenverantwortung gibt es ja nicht. Ich sehe das absolut gar nicht so. Ohne Eigenverantwortung geht gar nichts. Natürlich braucht es auch Regeln, das ist ganz klar. Aber was ich kritisiere, ist, dass die Regierung immer einen Ansatz gefahren hat, sozusagen von oben herab den Untertanen zu sagen, was sie tun oder lassen sollen. Und dieses Thema eigentlich der Förderung der Eigenverantwortung auch mit der Schaffung von Risikobewusstsein, weil darum geht es ja, Risiken einschätzen zu können, das wurde nie begangen, dieser Weg. Und ich sehe das schon in den Zahlen. Und auch im Vergleich zu anderen Ländern, die sehr wohl auch auf diese Eigenverantwortung gesetzt haben. Weil das etwas erlaubt ist, heißt noch lange nicht, dass es gescheit ist. Und das ist ja der springende Punkt. Und auch bei der Impfung wird es ganz stark auf die Eigenverantwortung, aber damit auch Verantwortung der Gesellschaft gegenüber ankommen. Sollen Kinder über zwölf jetzt geimpft werden? Wie machen Sie das privat? Sie haben ja auch eine Tochter gemeldet. Ja, meine große Tochter ist zwölf. Und ich habe sie angemeldet schon. Habe ihr das damals gesagt, ich melde dich jetzt an für die Impfung, schauen wir mal, ob es dann freigegeben wird. Und sie hat das nur so mit einem Okay zur Kenntnis genommen. Jetzt am Freitag ist die Impfung ja freigegeben worden von der europäischen Zulassungsbehörde. Und ich würde nicht über sie drüber fahren. Also wenn sie Nein sagen würde, würde sie das respektieren? Ja, ich würde das respektieren. Ja, ich finde schon. Also ich finde, man kann zwölfjährigen durchaus schon zumuten. Ich würde, glaube ich, mit ihr diskutieren. Würde vielleicht das eine oder andere am Tisch legen. Aber es war nicht nötig, weil sie hat gesagt, super. Also das heißt, sie freut sich drauf. Und ich halte es schon für klug, weil natürlich bei all diesen Impfungen, wo es jetzt nicht wie Zeckenimpfungen, da geht es nur um einen selber. Aber bei diesen Impfungen gegen hochansteckende Krankheiten geht es ja auch darum, dass je mehr geimpft sind, desto schwerer tut sich das Virus, auch übrigens an den Mutationen, sich zu verbreiten. Also jeder geimpfte Schüler und jede geimpfte Schülerin im Herbst bedeutet eine Barriere mehr für die Virusausbreitung. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ein Schutz da ist bei meiner Tochter, dass das kein schwerer Verlauf ist. Aber es gibt sehr viele Skeptiker, vor allem bei den Eltern, die sagen, wir wollen das nicht. Das Ganze ist in einem viel zu frühen Stadium und das Risiko, dass Langzeitfolgen bei den Kindern sind, ist uns zu hoch. Verstehen Sie diese Bedenken? Ich verstehe das. Und deshalb bin ich auch gegen einen Impfzwang, weil ich davon überzeugt bin, dass das in so einer Situation sehr, sehr kontraproduktiv wäre. Also das würde ja geradezu die Gegenbewegung noch stärker machen. Daher appelliere ich ja auch hier an eine transparente, evidenzbasierte Kommunikation, ein entschlossenes Vorgehen gegen Fake News. Ich glaube, da haben Medien eine große Verantwortung, die sie auch nachkommen. Und eben das, was ich angesprochen habe, ohne Eigenverantwortung geht es hier nicht. Kommen wir noch einmal zur Impfung für Kinder. Das Bildungsministerium möchte ja, dass dann im Herbst auch an den Schulen geimpft wird. Ist das nicht viel zu spät? Müsste nicht im Sommer geimpft werden, damit ein sicheres Umfeld in den Klassen im Herbst ist? Na sicher, wenn Impfstoff da ist. Und das ist die entscheidende Frage, wenn genügend Impfstoff da ist. Weil ich bin schon immer der Meinung gewesen, dass man sich an den Impfplan halten sollte. Und der geht ja grundsätzlich von hohem Alter hinunter und Risikogruppen zuerst. Aber wenn genügend Impfstoff da ist, dann spricht da nichts dagegen, dass da schon im Sommer dieser Impfstoff eingesetzt wird. Die beste Impfung ist die, die man am schnellsten bekommt. Und daher finde ich den Weg, den Wien da gewählt hat, gut, dass man hier schon anmelden konnte. Und ich gehe davon aus, dass es hier auch Impfmöglichkeiten im Sommer geben wird für Jugendliche. Ganz kurz noch zum Impfen. Sie haben gesagt, in den Schulen, also Schulen auf, Schulen auf, Schulen auf. Das war eigentlich durchgehend Ihre Meinung. Dann war klar, dass das Infektionsgeschehen an Schulen eigentlich sehr hoch ist. Haben Sie sich da geirrt? Nein, ich habe mich nicht geirrt. Was natürlich schon ein Thema war, war dann die Mutation. Da habe ich aber auch von Anfang an gesagt, wenn neue Informationen kommen, und das jetzt ansteckender ist, dann muss man die Situation anders sehen und noch mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen. Umgekehrt könnte man sagen, mit dem Auftauchen der britischen Variante hat sich ja bestätigt, dass man davor durchaus hätte die Schulen offen lassen können. Ich habe nie gesagt, dass dort keine Infektionen stattfinden. Und wenn Sie nachschauen, haben wir im Oktober, November, als diese ersten Antigentests auch am Markt verfügbar waren, immer dafür plädiert, dann auch, wie Sebastian Kurz gekommen ist, mit dem Massentest, also die Idee, einmalig massenhaft zu testen, am Ende eines harten Lockdowns, halte ich nach wie vor für nicht besonders sinnvoll, besser den Zugang zu haben, dass wir vermehrt, wiederholt, regelmäßig massenhaft testen, und zwar da, wo es dringend notwendig ist, Alten- und Pflegeheime, Riesenversäumnisse der Regierung. Da haben wir leider wirklich sehr viele Tote zu beklagen, weil da über Monate Versäumnisse waren im Management, beinahe im Management, das hier versagt hat, aber auch Logistikzentren oder Orte der wirtschaftlichen Begegnung, wo halt viele zusammenkommen, und auch Schulen und haben daher auch Fassmann sehr unterstützt, als er im Jänner dann sehr, ja, durchaus eigenmächtig, völlig im Stich gelassen vom damaligen Gesundheitsminister Anschober und auch vom Bundeskanzler diese Teststrategie in den Schulen ausgerollt hat. Das war holprig, aber es war der richtige Weg, deshalb haben wir das unterstützt. Kommen wir zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen, Frau Meindl-Reisinger. Der Finanzminister hat ja angekündigt, dass etliche Staatshilfen jetzt auslaufen werden mit Ende Juni. Manche Branchen sagen aber, Reisebranche hat man gestern auch im Ö1-Mittagsjournal gehört, sagen, das wird ganz schwierig, wenn diese Hilfen wegfallen. Sie vertreten ja Unternehmer, wie Sie immer sagen. Sind Sie dafür, jetzt diese Hilfen pauschal auslaufen zu lassen oder sollte das branchenspezifisch sein, weil es sonst Pleitewellen geben könnte? Also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich und da, wenn ich das meine, es kommt das berühmte Darfall, das eh keiner lesen kann, aber ich werde versuchen. Wir haben tolle Kameras. Wir haben tolle Kameras. Also das ist sozusagen die Situation Österreichs bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Österreich ist hier blau eingezeichnet. Wir sind das viert schlechteste Land wirtschaftlich bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Rezession, also der Rückgang der Wirtschaftsleistung und damit auch unseres Wohlstands ist vergleichsweise sehr, sehr hoch. Nach uns ist nur noch Italien, Spanien und Malta. Und das, obwohl, und jetzt kommt das zweite Darfall, das noch viel schwieriger ist, hier sehen Sie lauter Punkte. Ui. Also auf diesem Punkt der Darfall geht es im Prinzip um zwei Achsen. Es geht um die Frage der Verschuldung, nein, des Rückgangs des Wirtschaftswachstums und der Zunahme der Verschuldung. Und Österreich befindet sich hier. Das heißt, nicht nur haben wir einen sehr großen Wirtschaftsrückgang, sondern wir haben auch vergleichsweise viele neue Schulden gemacht. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Kern der Frage, weil Österreich, die österreichische Regierung rühmt sich ja gerne, so viel ausgegeben zu haben. Das ist aber per se keine Kunst. Ich meine, das sage ich immer, das könnte eine linke oder linkslinke Regierung auch tun, Steuergeld ausgeben. Die Frage ist die Treffsicherheit. Und was wir oft kritisiert haben, ist, dass es zu wenig Fokus und Treffsicherheit gibt. Denn diese Krise hat nicht alle gleich getroffen. Sicher von den gesundheitlichen Risiken. Grundsätzlich, ich meine, ein Virus kennt kein Alter und kennt keine Einkommenshintergründe. Aber die wirtschaftlichen Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Ein Beispiel, die Baubranche, die boomt geradezu jetzt. Industrie erholt sich sehr, sehr rasch. Wo wir ein Thema haben, ist natürlich, und das liegt vor allem an den harten und langen Maßnahmen der Regierung, also das ist schon auch hausgemacht im Dienstleistungsbereich, im Bereich der Gastronomie, im Bereich des Tourismus. Aber was will Sie da tun? Entschuldigung, gerade der Tourismus nimmt 15 Prozent des österreichischen BIP ein. Dass wir da natürlich schwerer getroffen sind als Industrieländer, ist schon relativ klar. Und bei dieser Statistik, die ich da jetzt nicht nachvollziehen kann, oder schon, ich kenne sie halt nicht so. Ich kann sie nennen ja geben. Naja, ich nehme sie mir ganz gerne. Trauen Sie unseren Zahlen nicht? Ich traue allen Zahlen. Naja, nicht allen. Aber ist da auch drinnen, die Prognose für das Wirtschaftswachstum, das für 2021 gesagt ist, denn da schaut es offensichtlich für Österreich besser aus als im Durchschnitt der Jungen? Nein, das ist nicht richtig. Also die Prognose ist zwischen 1,9 und 3,4 Prozent Wachstum für 2021 und selbst dann bedeutet das, Aber ist das schon dort drinnen? Das ist ein Ist-Zustand, den wir hier beschreiben. Aber selbst in der Prognose bedeutet das, dass wir ja trotzdem unter dem wirtschaftlichen Niveau von 2019 liegen werden. Also wir haben einen Wohlstandsverlust und damit einen Einkommensverlust. Ja, aber Herr Büger, trotzdem, Österreich vergleichsweise groß und vergleichsweise schlecht. Ich weiß schon, dass man wahnsinnig gern dazu hört, wenn die Regierung sich lobt, wie toll sie ist, aber es stimmt einfach nicht, wenn man auf die Fakten schaut. Und ja, der Tourismus oder der Faktor des Tourismus ist natürlich eine sehr relevante Größe, das haben wir immer gesagt, aber nicht nur. Und das sagen alle Wirtschaftsforscher auch eben, und da bin ich wieder bei dem Punkt, die nicht sehr effektiven Wirtschaftshilfen sind ein Punkt, warum Österreich schlecht durch die Krise gekommen ist. Und natürlich, und da auch noch einmal, wenn Sie vergleichen, welche Länder welche Maßnahmen gesetzt haben, haben wir vergleichsweise lange, vergleichsweise harte Lockdowns gehabt. Und nein, das war nicht überall so. Und es ist auch in anderen Ländern teilweise sogar besser gegangen gesundheitlich. Also Fazit ist, ein Dreier oder Vierer, wenn es nach Schulnoten geht, ist diese Bundesregierung zu bewerten in ihrem Krisenmanagement. Aber sollte jetzt Schluss sein mit diesen Hilfen? Ja, also ich denke, dass man bei vielen Instrumenten jetzt auslaufen lassen muss. Allerdings natürlich wesentlich gezielter schauen muss, wer braucht noch was. Daher zum Beispiel auch diese sogenannte Investitionsprämie, die die Regierung ja sehr gerne lobt, also auch da wieder Förderungen, Ausgaben, das ist ja sehr ungewöhnlich für die ÖVP, dass es auf einmal nur noch um Förderungen geht. Das ist Gießkanne. Das kriegt die Branche, die überhaupt jetzt nicht betroffen ist, genauso wie die, die es ganz, ganz hart getroffen hat. Das finde ich nicht besonders klug. Also da jetzt sehr fokussiert vorgehen. Ich glaube, ein absolut schneller, kalter Entzug ist schwierig, weil wir ja eine Welle haben von möglichen Insolvenzen, die wir nach vorne geschoben haben. Und da, ich meine, da sind wir sicher die Vertreter des Mittelstandes. schauen wir vor allem auf die KMU, auf das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, 345.000 Betriebe, zwei Millionen Angestellte und die Lücke, die Insolvenzlücke ist je nach Berechnung, sagen wir mal, 4.000 Unternehmen. Das ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber es sind dann doch, wenn die durchschnittlich zehn Mitarbeiter haben, wieder 40.000 Menschen mehr, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen. Und daher übrigens auch unsere Vorschläge, dringend beim Insolvenzrecht etwas zu tun, dass wir gerade diesen Betrieben, die eigentlich unverschuldet jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen, eine zweite Chance ermöglichen. Also diese zweite Chance ist etwas ganz Wesentliches. Was bedeutet das? Da gibt es Beispiele aus den USA. Wenn du einen Restrukturierungsplan auf den Tisch schlägst, dann gibt es Möglichkeiten einerseits zu sagen, Eigenkapital, Neues zu fördern und andererseits aber klar auch zu sagen, wenn der am Tisch liegt, dann muss sich auch die Finanz- und die Sozialversicherung, die ja dann oft das Genick bricht, hinten anstellen. Ich wollte nicht bei den Lockdowns nur mehr... Sie sagen, die Lockdowns waren zu lang und zu intensiv. Aber Sie haben doch selbst meistens gesagt, da gehen wir mit. Nein. Als die Zahlen so hoch waren im November, da war doch klar, jetzt muss etwas passieren und im März auch. Also was hätte man anders machen sollen? Aber nicht immer. Nicht immer. Wir waren da sehr differenziert, zum Beispiel im November bei den Schulschließungen. Aber zum Beispiel auch bei der Frage, wie lernen wir eigentlich, aus welchen Maßnahmen, was bringt etwas besonders und was bringt eigentlich nichts und ist, man sagt, schöne Show. Also die Evaluierung der Maßnahmen, die hat mir gefehlt. Auch diese Evidenzbasiertheit und Expertise oder aber auch der Fokus darauf, wo passieren denn tatsächlich Infektionen. Und da bin ich wieder bei der Frage des Risikobewusstseins, weil es gab dann schon einen Zeitpunkt, da habe ich den Eindruck gehabt, man tut so, als wenn man ins kleine Buchladen geht, dass dort die Infektion stattfindet, während man, weil es auch rechtlich schwierig ist, den privaten Bereich ausklammert und dort aber niemals zum Beispiel, mein Beispiel war immer, dass man gesagt hat, man muss sich anschauen, welche Communities genau betroffen sind. Das war am Anfang oft mal ländliche Bevölkerung, mehr Generationen, Wohnverhältnisse, dann war es sicherlich auch in Wien oder in Ballungsräumen, Personengruppen betroffen, die in Jobs sind, wo man zusammenlebt, in Wohnverhältnissen, die sehr eng sind. Da hätte man natürlich schon auch mit, ja, würde ich sagen, in der Werbesprache Testimonials arbeiten können, um dieses Risikobewusstsein zu schaffen und zu fördern. Stattdessen hat man sich halt hingestellt und hat das gern offensichtlich gesehen, dass die Bevölkerung wartet auf 18 Uhr, wenn die Pressekonferenz wieder stattfindet, damit ich wieder weiß, was ich zu tun oder zu lassen habe. Aber warum, das hat man nicht erklärt. Frau Meindl-Reisinger, kommen wir zurück zur Wirtschaft etc. Die Phase 4 der Kurzarbeit läuft ja Ende Juni aus. Der ÖVP-Arbeitsminister Kocher will nun eine Kostenbeteiligung der Unternehmen einführen und die Mindestarbeitszeit erhöhen. Ein guter Plan? Oder sollte die Kurzarbeit auslaufen? Also ich glaube, die Kurzarbeit muss auslaufen. Aber wie schon gesagt, also ein sofortiger Kalteintzug über alle Branchen wird dann schon schwierig. Das heißt, jetzt ganz fokussiert schauen, wo brauche ich die denn wirklich noch? Aber das ist natürlich eine Maßnahme, die man unbedingt, die wir übrigens immer unterstützt haben, in der Krise setzen muss. Aber, und das ist ja der springende Punkt dahinter, das konserviert ja. Und jetzt geht es aber darum, Innovation und vor allem neue Jobs zu schaffen. Und daher pochen wir ja so drauf auf. Unser Vorschlag ist diese Job-Offensive Neustart, mit der es uns gelingt, 50.000 neue Jobs zu schaffen. Indem wir da über dieses Instrument, der Übernahme von Lohnkosten und Lohnnebenkosten, über einen längeren Zeitraum, als auch den, den die Regierung vorschlagt, und vor allem auch für Jüngere. Da ist ja der Einstieg in den Job besonders schwierig. Da braucht es ja besonders intensive Bemühungen, zu helfen. Wenn der Einstieg nicht gelingt, dann wird es sehr, sehr lange, sehr, sehr hart, dass wir hier diese neuen Jobs auch schaffen. Ich würde ganz gerne auf die europäische Ebene ein bisschen gehen. Die EU-Präsidentschaft Portugal hat einen interessanten Vorschlag. Also die einen finden ihn nicht sehr interessant. Nämlich die Maastricht-Kriterien komplett zu lockern und überhaupt abzuschaffen und zu sagen, aufgrund von Corona können wir uns das jetzt nicht leisten. weitere Sparpakete und dass wir die Länder zugrunde schrumpfen irgendwie. Da gibt es diese berühmte Formel jetzt, also dass solange das Wirtschaftswachstum größer ist als die Zinsrate, diese Piketty-Formel, passt das schon alles. Jetzt sagt der Finanzminister, auch in Hintergrundgesprächen, da wird er nicht mitspielen. Er will den absoluten Sparkurs, um die Zahlen wieder runterzubringen, was Defizit und Verschuldung betrifft. Weil Sie zuerst gesagt haben, er ist schon ein Linker. Da würde er sich aber offensichtlich mit Ihnen treffen. Ja, wenn er es macht. Haben Sie ja bis jetzt nicht gemacht. Also die ÖVP ist jetzt schon sehr lange in der Regierung und hat bis jetzt eigentlich immer nur neue Schulden. Naja, Sparkurs. Also die ÖVP ist jetzt sehr lange in der Regierung und hat jedes Jahr eins verlässlich getan, nämlich neue Schulden zu machen. Das eine Jahr ausgeglichener Haushalt. Und wie ist das passiert? Durch einen Sparkurs? Nicht. Ausgabenseitig gab es keinerlei Reformen. Es sind, und das ist sozusagen eigentlich, der Grund, warum ich immer sage, der Finanzminister sollte sich nicht hinstellen und sich selber loben, sondern er soll primär mal Danke, Danke, Danke sagen an die tüchtigen Menschen in Österreich, die nämlich von früh bis spät arbeiten und so eine tolle Wirtschaftsleistung und damit auch so viel Steuerleistung ermöglichen. Also das Dänen ist zu Dank verpflichtet, den Menschen in Österreich und nicht einer tollen Regierung. Wir haben schon seit langem die Diskussion, dass ausgabenseitig Reformen anstehen. Und das ist ja auch eines der Themen, wo ich jetzt sage, hört auf mit diesem Comeback-Gefasel. Weil also Comeback zurück zum Alten, das wird es auch nicht geben. Das ist naiv. Es findet ein rasanter Strukturwandel statt. Und wann, wenn nicht jetzt in der Krise, muss man das als Anlass sehen, endlich die Ärmel hochzukrempeln und Reformen anzupacken. Wer soll das bezahlen jetzt? Also wie sollen wir da durchkommen? Jetzt sagt die Regierung, Sie wollen auch die Steuerreform unbedingt schaffen. Wer soll das bezahlen? Irgendwo muss gespart werden. Ja, aber das ist ja genau mein Punkt. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass der erste Fokus einmal ist, Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln. Und ja, ich denke, dass auch... Das ist auch ÖVP-Kurs. Ja, macht ja nichts, oder? Herr Bürger, ist das jetzt Ihnen besonders wichtig? Nein, nein, ich möchte die Unterschiede... Die Auseinandersetzung mit der ÖVP. Nein, nein, ich möchte die Unterschiede herausarbeiten. Es wird Sie nicht überraschen, dass Liberale auf eine Budgetkonsolidierung pochen. Übrigens sind das sogar vernünftige Sozialdemokraten. Mein Argument ist ja nur, die österreichische Bundesregierung mit einem Finanzminister der ÖVP hat sich ja geradezu gelobt, das Steuergeld auszugeben, und zwar mit beiden Händen. Ich erinnere mich da an ein Interview, das er gegeben hat, ich glaube, im Trend war das, wo er gesagt hat, das ist ja dann auch so wirklich, also absolut abgehobenes Establishment. Euch wird gegeben werden. Ich meine, das ist nicht sehr demütiger als Finanzminister. Und nochmal, also Steuergeld ausgeben, das können linke Regierungen auch. Ich habe von der ÖVP sehr viel an Reformen und neuer Stil und sonstigen schönen Sprechblasen gehört. Ich habe bis jetzt noch, sie haben noch nicht geliefert. Nie. Und mein Punkt ist, und der ist schon sehr wichtig, wann, wenn nicht jetzt, müssen wir auch Strukturreformen anpacken. Aber worum geht es? Natürlich einmal das Wirtschaftswachstum in Schwung bringen, weil natürlich ist das Argument, zu sagen, wir müssen rauswachsen auch aus der Krise, aus den Schulden, ein ganz, ganz wesentliches. Aber dann natürlich auch zu schauen, was sind denn die Hemmschuhe am neuen Wachstum? Also Gewerbeordnung, Liberalisierung, da sitzt ja die ÖVP wie im ärgsten Klientelismus drauf und ist verbohrt und bewegt sich keinen Millimeter da, Unternehmerinnen und Unternehmern den roten Teppich auszurollen. Andere Bereiche, natürlich auch eine Entlastung endlich der Lohnnebenkosten. Das hören wir seit wie vielen Jahren? Das höre ich jetzt als Journalist seit drei Jahrzehnten ungefähr. Und hat ein Irgendwarn einmal, insbesondere eine ÖVP, das angepackt? Nein, es ist endlich Zeit, das zu tun. Weil natürlich auch, wir uns das nicht leisten können, dass wir so den Faktor Arbeit belasten und damit neue Arbeitsplätze verhindern und gleichzeitig auch die Unternehmer belasten. Und dann gibt es einen wesentlichen Punkt, Bürokratie. Und da muss man schon auch... Das höre ich noch länger. Ja, schauen Sie, aber deshalb ist es ja nicht weniger wahr, dass man endlich was tun muss. Ein Beispiel ist, und das ist hausgemacht, sind auch diese Wirtschaftshilfen. Ich habe da von einer oberösterreichischen Textilreinigungsfirma, ich muss jetzt schmunzeln, weil das ist ein Traditionsbetrieb seit ergeblich hunderten Jahren, was ich lustig finde, im Bereich Textilreinigung. Also bin ich... Du musst mir gerne mal hinfahren, mir anschauen, wie die das früher gemacht haben. Die haben das geschrieben, wie das ist mit dieser Kofferkilfe. Da hast du eh schon... Und das sind ja keine großen Konzerne, die da Abteilungen beschäftigen. Das heißt, du musst eh schon mit Steuerberater und Co. viel Geld investieren, dass du da dich durchschauen kannst. Haben dann beantragt, haben 200.000 Euro bekommen an Wirtschaftshilfe. Und jetzt ist irgendwie draufgekommen, dass da ein Fehler war, obwohl der Steuerberater das gemacht hat. Jetzt muss das Geld zurückgezahlt werden an die Koforg. Ein neuer Antrag gestellt werden. Und Sie wissen, Ende Juni läuft das sozusagen aus, die Antragstellung. Also bitte, das ist hausgemachte Bürokratie. Das wird jetzt schwierig über Einzelfälle. Ganz kurz zum Arbeitsplatz. Die Einzelfälle kümmern sich ja bei uns. Also der Sepp Scheller und unser Wirtschaftssprecher hat im letzten Jahr 2756 Mails, Stand letzte Woche, von Unternehmerinnen und Unternehmern bearbeitet, wo es eigentlich genau um diese Frage gegangen ist, wie bürokratisch das alles ist. Ganz kurz Arbeitsmarkt und Pension. Sonst kommen wir nicht weiter. Von der Zeit her. Ja, ich finde das aber durchaus ein wichtiges Thema. So vielen bricht es das Knack. Ja, wir bleiben eh beim Wirtschaftsthema. Aber Ausgabenseite können wir gerne zum Pensionenthema auch kommen. Na ja, eben. Da wollte ich fragen. Also stimmt das Gerücht? Also Gerücht, ja. Also man hört halt, dass Sie die Arbeitszeit sogar verlängern wollen. Naja, wenn Sie den Pensionsantritt nach oben verschieben, wo es ist letztlich eine Arbeitszeitverlängerung. Was ist da dran? Naja, worum geht es, Herr Bürger? Wir haben seit Jahren ein Thema, das das faktische Pensionsantrittsalter unter dem Gesetzlichen liegt, dass sich da de facto nichts bewegt. Ich kann mich noch erinnern, selbst 2017 hat auch Sebastian Kurz noch gesagt, jeder, der rechnen kann und sich anschaut, wie unsere Lebenserwartung steigt, der weiß, dass das sich so nicht ausgehen wird. Und getan wurde gar nichts. Die Ausgaben an Pensionen steigen. Auch da habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht. Sie lieben mich. Geben Sie es zu, meine Tafel. Also das sind sozusagen die Zuschüsse. Das sind die Ausgaben für Beamtenpensionen, dass die steigen. Ja, aber das kommt natürlich aus dem Budget. Aber das sind die Zuschüsse aus dem Budget für das Pensionssystem. Da sind wir 21, schon bei 12,7 Milliarden. Das heißt, das ist die Lücke im Umlagensystem. Das heißt, wir finanzieren das nicht mehr aus Beiträgen durch Beitragszahler, sondern das wird aus dem Budget zugeschossen. Sicher kann man sagen, die Pensionen sind sicher, wenn wir einfach akzeptieren, dass wir Jahr für Jahr mehr aus dem Budget dazuschießen. Aber kommen wir zur Arbeitszeit. Aber dann fehlt das ja. Nein, das ist doch ja wichtig, Herr Bürger. Man muss die Dinge doch erklären können. Dann fehlt das natürlich an anderen Ecken. So, und jetzt wissen wir, dass das ein Thema ist und niemand außer uns will das anpacken. Das kommt mir so vor wie Kopf in den Sand stecken. Wenn wir es schaffen würden, allein pro Jahr das faktische Pensionsantrittsalter um einen Monat, einen Monat, Herr Büger, sozusagen anzuheben, dann wären wir hier auf einem deutlich besseren Konsolidierungskurs. Und das ist doch eine Unehrlichkeit auch den Jungen gegenüber, dass man sagt, macht euch keine Sorgen, wenn eigentlich eh jeder Junge sagt, nein, war es eh. Für mich geht sich das immer aus. Aber jetzt muss ich ganz kurz als Ökonom, der sich auch mit Digitalisierung und der Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten sehr intensiv beschäftigt, auch in Büchern, sage ich jetzt gleich zur Werbung, das Arbeitsvolumen wird drastisch nach unten gehen. Das wissen wir alle. Weil die Produktivität steigt. Durch die neuen Technologien. Jetzt wollen Sie, und Sie wollen es nicht hören, aber es ist letztlich eine Arbeitszeitverlängerung. Das heißt, mehr Menschen bleiben am Arbeitsmarkt. Wie soll sich das ausgehen? Arbeitsmarktpolitik zu machen über Pensionen, das ist ein Fehler, den die vergangenen Regierungen, auch natürlich ganz massiv, die SPÖ, aber auch die ÖVP aus purem Klientelismus viel zu lange gemacht haben. Die Jobs sind da. Und man muss Menschen länger gesund im Arbeitsprozess halten. Aber es ist simpel eine Frage der Fairness des Generationenvertrages, der ja unsere Gesellschaft so stark macht, sehr wohl darauf zu achten, dass wir hier nicht aus einer Balance rauskommen. Und der zweite Punkt ist, ich will nicht, dass dann vielleicht irgendwelche Parteien auf die Idee kommen, weil das so schwierig wird im Budget, dass man dann Pensionen kürzt. Das ist nicht unser Weg. Wir wollen die Verlässlichkeit der Absicherung im Alter bei, Gott sei Dank, steigender Lebenserwartung auch für die Jungen erhalten im Sinne eines starken Generationenvertrags. Und da weiß ich übrigens auch sehr, sehr viele ältere Menschen hinter uns. Kommen wir zum nächsten Themenblock. Das wäre der U-Ausschuss. Der beschäftigt uns ja intensiv in den vergangenen Tagen oder schon viel länger. Ihre Partei beklagt ja bei jeder Gelegenheit das Verhalten der ÖVP gegenüber staatlichen Institutionen, auch im U-Ausschuss. Jetzt ist er bekannt geworden, dass einer ihrer Mandatare, der Helmut Brandstetter, beim Abgang aus einem TV-Studio nicht sehr schöne Worte gesagt hat in Richtung des ÖVP-Fraktionsführers Hanger. Wir wollen das jetzt nicht. Wir haben lange überlegt, soll man es aussprechen, ja oder nicht. Oder würden Sie es wiederholen vielleicht, was er gesagt hat? Nein, muss ich das? Müssen Sie nicht. Nein, Faktum ist, er hat so etwas gesagt, was nicht druckreif ist eigentlich. Ist das jetzt der neue Stil, den Sie von den anderen einfordern? Und jetzt kommt von Ihrer Partei so etwas? Also das ist natürlich gar nicht schön. Und die Emotionen gehen da hoch. Das hat man, glaube ich, in den vergangenen Wochen bemerkt. Meines Wissens hat sich der Helmut Brandstetter per Mail beim Abgeordneten Hanger gemeldet. Und ich glaube, die werden sich aussprechen. Und damit ist die Sache, ehrlich gesagt, für mich erledigt. Das ist für mich erledigt. Ja, das ist für mich erledigt. Der Punkt ist ja ein anderer. Die Frage ist ja, das verstellt ja den Blick auf das, was tatsächlich wesentlich ist, was in unserem Land passiert. Nämlich dieser Angriff auf die Institutionen, diese Geringschätzung des Parlaments, die Geringschätzung des Verfassungsgerichtshofs. Also das, ein Finanzminister Blümel, sind wir wieder bei ihm, monatelang ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs ignoriert, bis zum Zeitpunkt dann, dass de facto schon der Bundespräsident mit dem Bundesheer bei ihm vor der Tür steht, um Akten zu holen, die einfach zu liefern sind. Also respektlos dem Verfassungsgerichtshof gegenüber, respektlos der Justiz gegenüber, respektlos dem Parlament gegenüber. Und wissen Sie, ich finde es unzulässig, das auf eine Ebene zu heben. Natürlich kann man auch über Wurstsemmel und Chips im Urschuss diskutieren, aber das ist doch bitte eine ganz andere Ebene als die Frage, dass man da hier so die Institutionen unserer Demokratie angreift. Der Urschuss... Wir finden was aus dem Parteiprogramm, der Neos kurz vor, einen einzigen Satz. Wir sind kritisch, aber immer konstruktiv und wertschätzend. Ja, und wenn wir es nicht sind, dann schreiben wir E-Mails, wo wir uns entschuldigen, Herr Bürger. Und damit ist die Sache erledigt? Ja, also Fehler passiert... Also in Ö24, einmal sage ich es noch, haben Sie gesagt, die zwei sollen noch verbirgehen miteinander. Und das genügt wirklich? Wir sind sehr versucht, diese Kraftausdrücke zu sagen. Das genügt wirklich. Also Herr Bürger, jetzt muss ich Ihnen schon einmal was sagen. Nein, nicht mir. Also schauen uns ja Leute zu. Ja, also dieser ganze Urschuss ist von Anfang an die ganze Stimmung beeinträchtigt. Man könnte auch sagen, vergiftet worden durch einen Vorsitzenden, Wolfgang Sobotka, der als erster Parlamentspräsident, und jetzt bin ich eine Zeit lang im Parlament, aber sowas habe ich noch nicht erlebt, diese Rolle nicht anlegt als Vertreter aller Parteien in der Würde und in der Vertretung des Parlaments, auch selbstbewusst gegenüber der Regierung. Es ist das Parlament, die gewählte Volksvertretung, also die Vertretung der Menschen in Österreich. Direkt gewählt, nicht die Regierung. Das Parlament, das sich selbstbewusst auch in der Kontrolle einer Regierung gegenüberstellt. Und es ist nicht die Aufgabe eines Herrn Sobotka, dort sozusagen den Türkisen die Mauer zu machen. Und das hat er von Anfang an gemacht. Noch dazu mit dem Anschein einer Befangenheit. Also bei jeder anderen Situation, Compliance oder Ähnliches, würde man sagen, der kann das nicht machen, weil da gibt es den Anschein der Befangenheit. Mittlerweile wissen wir, es ist nicht nur der Anschein der Befangenheit, sondern es gab Zahlungsflüsse, der Novomatic, an sein eigenes Institut. Und das, glaube ich, ist nicht gut für den Urschuss und nicht gut für das Parlament. Ich bin überzeugt davon, dass eine Vorsitzende Bures das ganz anders und wesentlich überparteilicher geleitet hätte. was wollen Sie uns damit jetzt sagen? Dass dort ein Klima geschaffen worden ist, das solche Ausbrüche letztlich ermöglicht hat? Nein, die Ausbrüche sind nicht gut, aber ich erkläre, warum die Emotion da so hoch ist. Und noch einmal, ich finde das unzulässig, das auf eine Ebene zu stellen mit Korruptionsvorwürfen, Beschuldigtenstatus, wenn man dort die Unwahrheit gesagt hat, Ignoranz eines VfGH-Urteils. Das haben wir jetzt sich gemacht. Ich habe nur über die Wertschätzung... Nein, das machen Kommentatoren. Das habe ich ja erlebt in den letzten Wochen, dass man gesagt hat, na ja, quasi die politische Kultur und da wird sozusagen gesagt, ja, der Blümel ignoriert den Verfassungsgerichtshof, aber im Untersuchungsausschuss werden scharfe Fragen gestellt. Tut mir leid, das finde ich unzulässig. Leitner Bürger haben das jetzt nicht gemacht, sondern wir haben gefragt, nach dem Stil... Dann durchschauen Sie es ja. Ja, genau, nach dem Stil. Und der Stil, glaube ich, kann schwer erklärt werden mit der politischen Situation im U-Ausschuss. Kann man da nicht trennen? Sicher muss man ja auch trennen. Aber wie Sie wissen, ich will das jetzt nicht nochmal alles aufnehmen, die ÖVP legt Dossiers, Sudl-Dossiers an über Abgeordnete von uns und kramt, wie Sie wissen, im Privatleben der Leute, um die, ja, hu, anzupatzen. Das ist, was die ÖVP versichert, was sie nie macht. Das ist natürlich keine Entschuldigung. Punkt aus. Man darf sich nicht reizen lassen. Aber ich finde, das verstellt doch alles den Blick darauf, was in unserem Land wirklich los ist. Da kommen wir eh dazu. Nämlich tatsächlich Angriffe auf die Justiz, aufs Parlament, auf den Verfassungsgerichtshof. Und das untergräbt letztlich unsere Demokratie. Ja, da haben wir eh schon drüber geredet. Auch der Bundespräsident hat darüber geredet. Er hat kürzlich via Video nicht nur die ÖVP indirekt kritisiert aufgrund solcher Dinge, sondern auch Mandatare der Opposition, wo Ihre dazugehören. Er hat nämlich gesagt, auch jene, die im Untersuchungsausschuss ihr Fragericht wahrnehmen, müssen ihre Funktion im Umgang mit dem Gegenüber und auch im Tonfall respektvoll wahrnehmen. Also das müssten Sie sich ja dann auch zu Herzen nehmen. Das war ja eine Mahnung des Staatsoberhaupts. Ja, sicher nehmen wir uns das zu Herzen. Aber ich glaube, das gilt für alle Abgeordneten da drin. Die Stimmung ist aufgeheizt. Aber es geht auch um was. Und einmal mehr muss ich sagen, ich finde es unzulässig, das auf eine Ebene zu stellen. Auch vom Bundespräsidenten. Ich habe mich etwas gewundert darüber, dass man das so auf eine Ebene stellt, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ein echtes Problem haben in Österreich, nämlich mit einer Partei, die völlig abgehobene Machtpolitik betreibt, in einer Brutalität, die ich noch nie erlebt habe, sich Posten sichert und den Einfluss in unserem Land ausbaut, in einer Art und Weise, wie ich das noch nie erlebt habe. Jetzt ist das alles öffentlich in den Chats nachzulesen. Es ist bestätigt. Angriffe auf die Justiz fährt und daher ständig versucht, die Justiz zu delegitimieren, das Vertrauen, die Justiz zu untergraben, das Gleiche beim Parlament macht. Die fangen in Wahrheit mit Parlamentarismus gar nichts an. Das ist ja das Erstaunliche. Also die Volksvertretung wird da permanent mit Füßen getreten und dann eben auch der Verfassungsgericht. Aber bleiben wir kurz beim Bundespräsidenten. Sie werfen ihm was genau jetzt vor? Ich werfe ihm jetzt vor, es ist seine Entscheidung, aber ich war verwundert darüber, dass es auf eine Ebene gestellt wird. Um die rechtfertigte Kritik quasi jetzt in Relation. Nein, ich finde, man muss immer an sich selber arbeiten. Schauen Sie, das ist unser Anspruch und das ist etwas, was wir als Neo seit Jahren leben. Fehler passieren, aber die Frage ist, wächst man daran? Und lebt man vor allem eine Transparenz und eben auch dann den Zugang, dass man sich dann auch entsprechend entschuldigt? Ich finde, das ist nötig. Aber das, was unsere Republik gerade auch im Ausland beschädigt, ist nicht die Frage, wie im Urschuss die Fragen gestellt werden, sondern ausgehend vom Ibiza-Video, das im Ausland diskutiert wird, werden diskutierte Angriffe auf die Justiz, die Missachtung des Verfassungsgerichtshofs, dass einfach namhafte Riege von ÖVP-Politikern als Beschuldigte geführt werden, durchaus in Korruptionsfragen und dass jetzt auch der Bundeskanzler Sebastian Kurz als Beschuldigter geführt wird. Das ist das Thema, was uns ja auch bei ausländischen Partnern in ein schwieriges Licht rückt. Die Frage, wie die Fragen im Urschuss gestellt werden, definitiv nicht. Angesichts dessen, wie Sie jetzt die ÖVP beschreiben mit all ihren Problemen, ihren Verfehlungen, auch die Grünen haben Probleme, auch bei ihrer Basis in der SPÖ gibt es immer wieder Konflikte zwischen Doskozil und Rendi-Wagner. In der FPÖ gibt es eine Personaldiskussion, Hofer versus Kickl, wer Spitzenkandidat werden soll. Das gibt es ja alles bei den Neos nicht. Sie sagen auch, sie sind Kontrollpartei etc. Wenn man sich die Umfragen anschaut, müsste da nicht der Zuwachs und der Zuspruch zu Neos viel, viel größer sein angesichts der Probleme der anderen Parteien? Wenn Sie sich die Umfragen anschauen, dann sehen Sie, dass das ein enormer Zuwachs ist. Ich habe die Partei übernommen 2018 bei 6 Prozent. Jetzt stehen wir bei 11 Prozent in den Umfragen, manchmal sogar 12, manchmal 10. Letzte Nationalratswahl waren 8 Prozent. Das ist nach meiner Rechnung ein Zuwachs von 25 bis 20. bis 40 Prozent. Das ist nicht bis 50 Prozent, wenn wir bei 12 liegen würden. Das ist nicht gerade wenig. Also ich bin da sehr demütig übrigens und sehr dankbar, weil es uns zeigt, dass wir ganz offensichtlich, verlässlich gute Arbeit machen. Und zwar kritisch, aber auch immer konstruktiv und das wird geschätzt. Jetzt habe ich ein bisschen natürlich auch gegraben, ob die Neos sich an ihre eigenen Vorgaben immer halten. Dieser Koalitionsvertrag in Salzburg, wenn man sich den genau anschaut zwischen Neos und der ÖVP, da steht auf Seite 103 und Seite 104, dass man sehr wohl, ich könnte es jetzt auch vorlesen, sehr wohl auf die Parteizugehörigkeit bei der Vergabe von bestimmten Posten Rücksicht nimmt. Es steht ein bisschen anders, aber ist das nicht genau das, was Sie scharf kritisieren? Naja, es geht um die, also das ist immer passiert sozusagen, gerade in Teilen, in Unternehmungen, der öffentlichen Hand ist das immer ein Thema gewesen. Aber es geht ja vor allem um die Frage, mit welcher Brutalität das durchgezogen wird und ob man hier versucht, tatsächlich ausgehend von Spenden, und das ist ja der Kern des Untersuchungsausschusses, das ist ja die Untersuchung der Frage der Käuflichkeit, ausgehend von Spenden, Begünstigungen macht, ob das jetzt in gesetzlicher Hinsicht ist oder aber auch was Posten angeht. Was die Besetzung des Thomas Schmid angeht. Entschuldigung, da steht Entzendungsrechte, Entaufsichtsräte, Beiräte, Fonds, Kommissionen und so weiter, stehen sozusagen, das steht nicht wörtlich da, der ÖVP und der Neos zu, jedenfalls ist nach dem Stärkeverhältnis der Koalitionsparteien Einvernehmen herzustellen. Ja, aber das sind ja Entzendungsrechte, Sie reden ja hier über Entzendungsrechte und nicht über die Besetzung von einer Position wie dem Vorstand der ÖBAG, die durch den Aufsichtsrat zu erfolgen hat. Ich meine, dass man nicht naiv sein braucht, dass sozusagen hier rot und schwarz jahrzehntelange Postenschacherei betrieben haben, ist klar. Aber ich bin ja nicht derjenige gewesen, wie Sebastian Kurz, der dann im Ausschuss gesagt hat, nein, nein, ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Das ist ja jetzt das Kern, der Kern dieses, der Frage rund um die Vorwurfs der falschen Beweisaussage, dass er ja den Eindruck vermittelt hat oder wollte, dass er damit, also bestenfalls informiert war. Und zum ersten Mal haben wir das halt schwarz auf weiß. Ich meine, diese ganze ÖBAG-Geschichte verfolgten seit 2018. 2018 kam das Gesetz, dass man diese gesamte Beteiligung des Bundes auf neue Beine stellt. Das ist immerhin das Vermögen der Republik und damit das Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher. 26 Milliarden Euro an Beteiligungen, die hier verwaltet werden. Und da ist für uns natürlich wichtig, dass so die beste Person an der Spitze steht. Schon beim ÖBAG-Gesetz hat es... Sie wollen ja Doppelspitze, oder? Haben Sie vorgestern gesagt. Ja, ich würde so irrsinnig... Ja, aber Sie haben schon so wahnsinnig lange Antworten. Aber ich glaube, Herr Bürger, es geht hier um meine Antworten in dieser Pressestunde. Also wir haben damals schon gesehen, auf dem Paket wurde schon gerettet, das wird eh der Schmid. Und Sie haben völlig recht. Ich bin davon überzeugt und nicht nur ich, sondern auch namhafte Juristen, dass das eigentlich unzulässig ist, das mit einem Vorstand allein zu besetzen. Und dass man da auch ein Vier-Augen-Prinzip bräuchte, weil natürlich die Beteiligungsstruktur eine sehr breite ist, von Immobilien bis hin zu MV, A1 bis Verbund. Und dass man da auch ja jetzt sieht in den vergangenen Jahren mit Beschuldigtenstatus und Nicht-Handlungsfähigkeit, wie wichtig es wäre im Sinne der Handlungsfähigkeit, dort einen zweiten Vorstand zu haben und dann auch wirklich darauf zu schauen, dass einmal die Qualität und die Qualifikation das primäre Kriterium ist und nicht, wie in einem sizilianischen Film, in einem schlechten, die Familie. Der Finanzminister hat sich schon geäußert, hat gesagt, es passt alles, wie es ist. Aber kommen wir jetzt noch einmal zur ÖVP und zum Kanzler Kurz zurück. Sie haben ja gesagt, eine rote Linie wäre, wenn der Kanzler angeklagt werden würde, wegen Falschaussage im U-Ausschuss. Und Sie haben auch gesagt, ich sehe nicht ein, warum sich ein funktionierendes Parlament auflösen sollte, wenn die ÖVP in der Krise ist. Aber was sollte passieren? Rote Linie, der Kanzler hat schon gesagt, er würde nicht zurücktreten. Was passiert dann? Folgenlos, weil die ÖVP wird nicht auf Wunsch der anderen Parteien einen anderen Kanzler installieren. Ja, also zunächst geht es einmal um die Frage, was ist die rote Linie? Das möchte ich nur kurz, wenn ich darf, ausführen. Weil natürlich, auch das hat der Bundespräsident gesagt, die Unschuldsvermutung gilt, aber das war ja nie die Frage. Die Frage, die gilt natürlich und die gilt für die Person. Aber die Frage, die man davon getrennt betrachten muss, ist, ob man für die Würde des Amts und die Handlungsfähigkeit eines Bundeskanzlers es akzeptieren kann, dass dort ein angeklagter Bundeskanzler sitzt. Und das muss klar mit Nein beantwortet werden. Und ich finde, also diese Frage hat der Bundespräsident da etwas ausgespart, wie ich finde, weil die Unschuldsvermutung, die hat ja niemand außer Frage gestellt. Also das ist für uns eine rote Linie, da geht es auch um die Würde des Amts und die Handlungsfähigkeit. Und es kann nicht sein, dass immer nur das Strafrecht und die Verurteilung die letzte Grenze ist. Jemand hat da vor kurzem salopp geschrieben, dann könnte auch Karl-Heinz Grass, weil er noch nicht rechtsgültig verurteilt ist, weil er noch in Berufung gegangen ist, noch immer Finanzminister sein. So, und jetzt zur Frage, was passiert dann? Worum es mir geht, ist aufzuzeigen, die ÖVP hat eine Krise. Aufgrund der ganzen Vorwürfe der Korruption, der Postenschacherei und Falschaussage, die sind in einer Krise. Und es kann doch nicht sein, dass die unser Land als Ganzes in die Krise stellen. Daher ist das einmal primär ein Problem, der ÖVP, dafür zu sorgen, dass die dort integre Persönlichkeiten an der Spitze haben, die nicht abgehoben sich nur um ihre eigene Position und ihre eigene Macht kümmern, sondern um die Menschen in unserem Land. Und eben, dass es nicht ein Automatismus sein muss, dass nur weil die ÖVP in der Krise ist, dass es Neuwahlen gibt. Natürlich sind wir auch zu Neuwahlen bereit. Ich meine, es wäre ja lächerlich, das zu sagen, auch weil wir ja gut dastehen. Aber ich glaube, es ist halt auch nicht das, was die Leute wollen. Die wollen eigentlich eine funktionierende Regierung. Die auch zusammenarbeitet, wo man nicht immer nur den Eindruck hat, der größere Koalitionspartner versucht eigentlich immer nur den kleineren umzubringen. Was man ja jetzt doch nach einigen Jahren ÖVP-dominierte Regierung sagen muss. Und die haben es sich verdient, dass da welche sind, die hacken für die Menschen und nicht streiten und nicht beschäftigt sind mit strafrechtlichen Beschuldigungen. Ja, aber würden Sie dann einen Misstrauensantrag im Parlament oder Ihre Partei unterstützen? Das haben Sie nach Ibiza ja nicht gemacht. Ich denke, man sieht, dass wir damit nicht leichtfertig umgehen mit diesem Instrument. Dass es eben nicht etwas ist, was man aus taktischen Gründen stellt, sondern aus tiefer Überzeugung. Und sollte Sebastian Kurz angeklagt werden und das nicht für nötig befinden, aus eigenem Anstand heraus zurückzutreten, dann würden wir selbstverständlich einen Misstrauensantrag im Parlament einbringen. Jetzt gibt es diesen Vorschlag von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, einer Allparteien-Kooperation, wie er es nennt. Also alle gegen die ÖVP. Er hat den erneuert jetzt. Also grundsätzlich finde ich schon einmal gut zu schauen, wo gibt es vertrauensvolle Zusammenarbeitspunkte. Aber ich glaube, es ist kein Geheimes zu sagen, dass das doch etwas komplex wirkt und sehr spekulativ ist. Also vier Parteien vor allem gegen die ÖVP, das ist ja nicht der Punkt. Die Frage ist tatsächlich einer soliden, zukunftsorientierten, aber eben wieder auch vertrauensbildenden Regierung, die eine Mehrheit auch hat und für das Land arbeitet und nicht ständig mit Beschuldigungen konfrontiert ist. Also das halte ich schon für reichlich. Aber Rot-Grün-Neos mit Duldung der FPÖ ging sich aus. Oder ist das auch ein... Also ich glaube, das sind doch die ein oder anderen auch inhaltlichen Themen mehr als nur Fragezeichen. Gesetz den Fall. Es wurde doch vor der Zeit gewählt und es ging um Koalitionsverhandlungen. Sie kritisieren ja wirklich täglich die ÖVP sehr scharf. Können Sie hier sagen, angesichts der Verfasstheit der jetzigen ÖVP und der Kurz, das könnte für uns, sofern rechnerisch überhaupt möglich, nach der Wahl, aber kein Koalitionspartner sein, wir würden uns nicht mit der ÖVP koalitionär verbünden? Ich denke, die ÖVP muss sich was überlegen. Ja. Weil es ist ja nicht, keine Bereitschaft da, mit der ÖVP zu koalieren. In vielen Fragen, sozusagen am Papier, Wirtschaftspolitik, würde man uns ja durchaus verstehen. Europapolitik. Aber das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja extrem davon abgewichen. Also das ist ja eine türkise Klick, die hat ja meiner Meinung nach da wenig zu tun, auch mit traditionellen Werten der ÖVP. Und ich wüsste nicht einmal genau, wofür die jetzt stehen. Also ja, mit dem, was wir gesehen haben, an Stil, an Abgehobenheit, an Machtorientierung, um das einmal nicht so scharf zu formulieren, tun wir uns mit dem türkisen Teil der ÖVP sehr, sehr, sehr schwer. Wir fragen uns auch deshalb, weil auch von den Grünen hat man Ähnliches vor der Wahl gehört. Türkise Schnöseltruppe hat der Herr Kogler sie genannt. Und nach der Wahl wurde paktiert. Ja, ich finde es, ich meine, die Grünen müssen das für sich selber beantworten. Ich habe immer gefunden, dass das Argument zu sagen, Hauptsache es ist nicht die FPÖ in der Regierung, mir persönlich zu wenig ist. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich kein Fan der FPÖ bin. Und vor allem den Stil der Politik, den sieht er tot, angefangen von Klubobmann Kickl. Aber das ist nicht Grund genug, sich mit dem Nasenring permanent durch die Manege zehren zu lassen. Ja, als kleiner Partner hat man es natürlich schwerer. Das ist schon klar, aber ich möchte jetzt noch einmal auf das zu sprechen kommen, was gerade passiert. Also da passiert so viel an Angriffen auf grundlegende Institutionen unseres Landes, dass ich mir ganz große Sorge mache, in welche Richtung sich unser Land entwickelt. Und das Toxische ist, dass man auch, und das werden Sie ungern hören, aber sehr wohl auch noch, mit sehr viel Geld und Inseraten die Medien zumindest versucht, gut unter Kontrolle zu halten. Und unser Eindruck ist ja dann doch, dass das funktioniert. Und dann kommt auch noch eine pandemische Situation dazu, wo man mit Angst, und die ist ja nicht ungerechtfertigt, aber trotzdem mit dieser Angstpolitik geschafft, relativ schnell, ohne große Diskussion, wenn wir nicht da wären, zum Beispiel, in Grund- und Freiheitsrechte einzugreifen und die zu beschneiden. Und das halte ich schon als Liberale, die für eine offene Gesellschaft an liberalen Rechtsstaat und eine freie Demokratie steht, für bedenklich und treibt mir auch als Mutter die Sorgenfalten auf die Stirn. Wir haben nur zwei Minuten und zwei Fragen. Jetzt können wir es uns aufteilen. Dann mache ich Oberösterreich. Dann mache ich Oberösterreich. Also der Mann heißt Felix Eipeltauer, ist wahrscheinlich österreichweit nicht so sehr bekannt. Noch nicht. Noch nicht, selbstverständlich. Werden Sie in den Landtag einziehen? Also es ist der Oberösterreich-Spitzenkandidat. Ja. Es schaut gut aus und wir sind sehr zuversichtlich. Und wir freuen uns drauf, weil auch in Oberösterreich braucht es uns mit frischem Wind und Ideen. Und der Felix Eipeltauer, der ist schon ja als Nationalratsabgeordneter, der hat einen sehr klaren Fokus auch auf Innovation, auf Junge, auf Innovation, auch in der Wirtschaftsperspektive. Ich glaube, die Diskussion rum und M.A.N. Steier zeigt auch schon, dass auch der Industriestandort Oberösterreich sich überlegen muss, woher die Innovation in der Zukunft und damit der Wohlstand kommt. Und Bildung ist in meinem Anliegen, Kinder sind in meinem Anliegen, also ein gutes Angebot. Nur kurz, also wenn dann, wenn sich es ausginge, theoretisch, Thomas Stelzer, denn Sie, weiß nicht, das heißt türkis oder schwarz oder wie auch immer einschätzen, mit den Neos, wäre das eine Möglichkeit in Oberösterreich? Ich glaube, das wird sehr stark auf die Inhalte ankommen, aber wie gesagt, wir schließen das nicht aus. Warum denn nicht? Frau Meindl-Reisinger, nächstes Jahr steht ja erneut eine Hofburg-Wahl an. Der Bundespräsident oder eine neue Bundespräsidentin, könnte es ja mal werden, soll gewählt werden. Sie haben zuletzt eine Quereinsteigerin präsentiert, die Irmgard Gries. Haben Sie jetzt vor, einen Kandidaten dann im nächsten Jahr zu nominieren? Und wenn ja, oder eine Kandidatin, wieder ein Quereinsteiger oder wie schaut es da aus? Ich möchte nur ganz kurz sagen, wir haben nicht die Irmgard Gries als Quereinsteigerin präsentiert, weil ich glaube, das wird sie auch nicht so gerne hören. Sie hat kandidiert und wir haben sie unterstützt dabei. Ich glaube, das muss man schon ein bisschen sehen, weil ich schätze sie so unendlich. Ja, sie galt als Neos-Kandidatin. Na, finde ich eben nicht. Sie galt als unabhängige Kandidatin, die aber von Neos unterstützt wurde und aber eben, wie man gesehen hat, das Wahlergebnis nicht nur von uns. Und es gibt schon Momente, wo man denkt, das wäre schon eine tolle Bundespräsidentin. Auch wenn ich sage, Van der Bellen hat das sehr gut gemacht, gerade auch rund um Ibiza. Ich finde, das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Wir haben das noch nicht entschieden. Und soweit ich weiß, hat auch Präsident Van der Bellen noch nicht entschieden, ob er wieder kandidiert oder nicht. Und der Rückkehrer, Matthias Strolz, ganz kurz bitte. Sehnen Sie sich nach ihm? Nein, um Gottes Willen, ich sehne mich nach gar keinem Politiker. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Danke. Ganz kurz, jetzt geht es weiter noch mit dem Hohen Haus. Natürlich Corona, aber wir berichten auch über den Fortschritt bei den Bauarbeiten im Hohen Haus, also im Parlament. Zu Gast ist Susanne Fürst, die Verfassungssprecherin der FPÖ bei Moderatorin Rebecca Salzer. Und am Abend eine spannende Runde bei Claudia Reiterer im Zentrum. Es kommen Wolfgang Mückstein, Manfred Heimbuchner, weil wir gerade über Oberösterreich geredet haben, und diverse Experten. Ich mache es jetzt einfach kurz. Bleiben Sie dran und einen schönen Sonntag noch. Untertitelung des ZDF,